Das ist Lisa. Lisa sieht immer das Positive im Leben. Sogar dann, wenn alles Kopf steht. Und nichts kann sie aus der Balance bringen. Nicht einmal die Suche nach einem neuen Zuhause. Lisa hat einen Remax-Makler mit bestem Fachwissen und innovativen Tools, damit nichts ihren Flow unterbrechen kann. Okay, fast nichts. So wie Lisa brauchen auch sie einen Immobilienmakler, der alles tut, um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Relax. Mit Remax.